Einfach, ich planning an die Besten. Also ich hab mir alles ins Mitteilungsheft geschrieben. Ich weiß, was ich so dumm bin. Lässt uns aber auch von nur Eltern unterschreiben, ne? Oh Mann. Na, was erzählst du denn für ein Papp? Ich bin ja ganz unten und nicht oben. Ja, Überraschung. Das ist ein Noob-Player in meiner Lanzen. Macht nix. Der macht auch nie, Sean. Ist voll der Noob. Wir könnten jetzt dann theoretisch noch die Lanzen umstellen, dass wir wenigstens wieder... ...sortiert sind. Not-Seite. Ja, die Kisten ist voll. Kontakt, Reach, Light. Roger. Der Beschäftigt. Unterholen. Ganz wichtig. Keiner geht in die... Sehr gut, dann könnt ihr auch weiter gehen. Der Vaven kann sich Soundstrom gegebenenfalls oben auf dem Berg positionieren. Ja. Wenn... Da nur der Firestarter ist. Auf dem Berg rauf. Keiner weiteren Kontakte ist nicht da. Doch, zweiter Light. Ja. Vaven geht auf den Berg, Firestarter geht mit. Alle anderen suchen sich schön hinten an der Kante Deckung zum Traden, wenn es denn so weit kommt. Genau. Hinten aber, hinter diesen Gebäuden. Genau. Also aus Deckung raus. New Target acquired. New Target acquired. Was ist Bravo? Ein Panther. Die haben einen Panther. Ja, Reichweite halt, ne? Ja. Die mussten auch damit rechnen, dass wir auf die Insel gehen. Das stimmt. Das stimmt, ja. So, also Vaven, tu was du kannst und... Ja, runterrutschen. Oh, nicht auf die Seite! Ja, deswegen, da bin ich runtergerutscht. Ähm, die sind in B5 und B4. B5, B4. Oh, ne! Da ja, Wolf. Wegen ist das, du weißt ja, wer. Oh, scheiße! Was besser ist? Noch? Ich renne jetzt durch den Platz. Also es waren aufgestellten B4, B4. Du weißt immer noch Low-Signal. Ja, du hast was Leichtes vermischt. Ja, ja. B4. B4. B4 auf dem Aufgang vom Tunnel hoch. Äh... Möp, möp, möp. Ja, oh, das hätte nicht... Ja, Richtung D5 pushen. Oder was wollen wir, Matt? Wir könnten auch durch den Tunnel gehen, theoretisch, aber wer weiß nicht. Ja. Ja, den Tunnel. C5, D5 ist zu lange Strecke für den Gauss. Gefecht. Ja, dann, äh... Das mal nach vorne positionieren. Dann droppen wir gemeinsam runter und gehen durch den Tunnel. Ja. Alle durch den Tunnel. C6 sind weiterhin noch die beiden Leids und ich weiß nicht. B4 kann ja... Kann ja Lord noch ein bisschen hoch bleiben. Ja, genau. Ja, Werther ist der... Kanter, der ist noch da. Lord, lass dich da nicht beschließen. Bringt nichts. Sind wir bereit? Genau. Kannst du ein bisschen hier, wie gesagt, scouten, aber irgendwie deswegen hier Schaden einkassieren. Du kannst auch gerne ein Trechtlein mitkommen, wenn du willst. Wo waren die denn letztens? B4! Wenn du aus dem Tunnel raus gehst, B4 Ausgang. Okay, dann droppen wir erstmal langsam runter. Ja, runter! Außerdem, wenn du aus dem Tunnel raus gehst, ein gutes Stück Richtung B5 und dann links auf so einem Absatz stand eine. Oben auf dem Absatz, äh, war ebenso auch der Dyerwolf. Wir sind vor uns gegen voraus. Der Leidke ist mitkommen. Dyer und Benji voraus. Ja, wir gehen mal, wir gehen durch die, durch die, durch die, durch die, durch die, durch die, durch. Im Startkampf sind wir gleich besser als die. Aber vielleicht sollten die, die eher die Schnellen voraus gehen, damit die dann, äh, um mal am Gegner vorbeizuhen können. Ja, machen wir. Weil sonst rennt sie bloß durch unsere Feuerlinie da. Genau, also der Leidke kann halt gleich vorgehen, dem ist halt verlieben wir ihn halt auch, aber dann haben sie schon mal Schüsse rauskassiert. Also, gezogen. Geradeaus oder links raus raus? Geradeaus. Wir müssten davor ausgehen, dass wir ein Seismik haben und zeigen, dass wir kommen. Da ist schon Schatten. Ich sehe Schatten. Ja, die sind links. Jawoll. Ich schätze ein Arti. Oh, die haben... Direkt hinter uns Hellbringer. Arti von denen liegt. Cäsar, da ja. Okay, linke Seiten auch. Können sich die Assaults schon in die Stadt reinpositionieren? Vorsicht, Mod, wenn du jetzt da links gehst, da ist schon ganz weit weg. Ja, ja, ich weiß. Oh, irgendwas schießt man an den Rücken. Ah, hinter uns ist noch. Der muss rausgenommen werden, weil sonst... Auch der und so hinten. Grenztrollens. Sagt was an, Leute. Was ihr zielt. Waf*** hier, wo der Firestart ist ey. Athe gesetzt. Ah. Da ist der Firestart. Der Panther ist das. Pantah ist das so offen. Ja. Panther ist runtergefallen. Ne, die nicht auseinanderziehen lassen. Camel kann da hin, der er gehen. Auf der rechten Seite Ich kann nichts schützen Das direkt unter uns ist aber ok, dann lassen wir Zurück zur Truppe Gibt's Wichtigeres Ja das Hotel Hotel Versuch ein klein bisschen Scharsche zu helfen Wenn wir der Feuer starten Die rücken vor Die rücken vor Entschuldigung Hier Hier kämpft die ganze Zeit Gehen Scheiße Hier Tja das war der Schritt zu füllen Ja das ist der tödliche Schritt Wegen der langen Schnauze nichts gesehen Ja Screenshots nicht vergessen Es states Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind